Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Schneefräsen. Das High-End-Produkt in unserem Schneefräsetest geht an die Knappwulf 4 in 1. Die Kehrmaschine ist durch sein Zubehör ein ganzjahres Werkzeug und kann vielfältig eingesetzt werden. Die Gehwege durch Schnee, Laub und Dreck zu säubern wird nun kinderleicht. Auch größere Bereiche wie Parkplätze oder Hofanfahrten ist für unsere Kehrmaschine. KW 250 SE keine große Herausforderung. Durch das mitgelieferte Schneeschild können größere Schneemassen problemlos beseitigt werden. Dank des großen Volumens des Auffangbehälters, welches sich ebenfalls im Lieferumfang befindet, können größere Massen an Dreck, Laub, Sand oder Erde ohne großen Aufwand aufgefangen werden. Unsere Kehrmaschine hat zudem einen Eigenantrieb und kann zwischen fünf Vorwärts- und zwei Rückwärtsgängen gesteuert werden. Außerdem ist dieser mit einem Lonzin-Motor ausgestattet. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Schöpach SC 2200 PE. Die Schöpach Benzin-Kehrmaschine SC 2200 PE erleichtert Ihnen die Arbeit ungemein, wenn Sie große Flächen reinigen oder von Schnee befreien wollen. Durch den Elektrostart und den zuschaltbaren Radantrieb mit drei Vorwärts- und Rückwärtsgängen schaffen Sie die Arbeit ohne Anstrengung. Im Winter ist der Schnee mit dem 105 cm langen Schneeschild schnell geräumt. Optional können die Schneereste dann mit der Kehrbürste im gleichen Arbeitsschritt beiseite gekehrt werden. Kein festgetretener Schnee, keine Glatteisgefahr. Durch die große Kehrbreite von 100 cm in Verbindung mit dem leistungsstarken 173 cm Viertaktmotor ist die Arbeit im Handumdrehen erledigt. Der Elektrostart des Motors mithilfe des eingebauten 12-Volt-Akkus macht anstrengendes Anziehen am Startseilzug überflüssig. Bürgersteig, Straße, Einfahrt, Stellfläche, Vorplatz – ein großes Grundstück will gepflegt werden. Das bedeutet im Frühjahr, Sommer und Herbst vor allem kehren und im Winter Schneeschaufeln. Der Preis-Leistungssieger in dem Schneefräsetest ist der Einhell GEST 36. Der Zusatzhandgriff gewährt eine bequeme Zweihandbedienung der Akkuschneefräse. Der Schneeauswurf lässt sich unkompliziert in die Richtungen links, rechts oder geradeaus einstellen. Die eingesetzten PXC-Akkus werden durch eine Akkuabdeckung mit Magnetverschluss optimal vor Schnee und Nässe geschützt. Die selbststehende Akkuschneefräse lässt sich dank des integrierten Tragegriffs einfach transportieren. Mit der Einhell-Akkuschneefräse ist die Schaufel Schnee von gestern. Das 36-Volt-Gerät ist nicht nur leistungsstark, sondern lässt sich auch selbststehend und klappbar dank teilbarem Führungswillen verstauen. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.